Unter den Bereitern an die Kürbung, ein halbes Jahr später. Der Grund, warum er heute hier ist, war nicht eine sportliche Karriere, sondern das ist eine Zyklusch. Vier gekürbte Hengste. Und nun eine kleine Kreisträgerin Lüttwitzschel erreicht Matthias Platt. Es gibt die Rückenkau für den Zoo. Bekannte Kauk-Frieder von Gelschen. Untertitelung des ZDF, 2020 Anfänger Dramatische Musik Vielen Dank.